Hey ihr Lieben, jetzt ein kleines Ganzkörper Willkommen. Und hier schon mal ein Ausschnitt, was gleich auf euch war. Ihr probiert hier schön mit den Armen auf. Ihr schafft locker eine Minute. Also ihr merkt schon, es wird auf jeden Fall für alles was dabei sein. Wir kommen wieder in die Matte und fangen hier an. Ganz entspannt erstmal. Wir fangen mit der Beallmuskulatur an. Geht auf 10 Stück nach oben halten. Erstmal locker entspannt hier oben. Ihr werdet auf jeden Fall Oberschicke spüren. Ihr werdet Rücken spüren. Euer Hüfte, Gesäß und euren Bauch. Und dann fangen wir direkt an. Die Glocke lassen. Hüfte bei der Stammtie. Tief. Wieder hoch. Einatmen tief. Ausatmen hoch. Wer beim letzten Beine-Po-Workout dabei war, der hat ja auf jeden Fall seine Oberschenke noch gespürt. Und kann jetzt hier direkt aufbauen. Wenn du es noch nicht gemacht hast, dann schau auf jeden Fall bei dem Workout nochmal mit vorbei. Bleiben und tippen. Schön halten. Schön gespannt. Schön lächeln. Auch wenn wir dein Lächeln aktuell noch nicht sehen. Komm Leute, wieder hoch. Geben auf die Zehenspitze nach oben. Macht euch wieder groß. So dass ihr so groß seid wie euer Nachbarn. Also Nessa, musst du noch ein Stückchen mehr machen. Ne, geht nicht. Ja warte, ich komm ein Stückchen runter. Und Lokke lassen. Wir gehen wieder tief und gehen jetzt mit der rechten Ferse. Linke Ferse. Oberkörper bleibt wieder auf einer Höhe. Stück für Stück arbeiten. Und dann gehen wir hoch, tief, hoch, tief. Meines Erkenntnis ja schon. Meine Lieblingsübungen. Ja. Für die beiden Muskeln. Einmal noch die Beseitung. Und dann beide. Hoch, tief. Und du kommst jetzt zu außen, dass dein Oberkörper schön auf einer Höhe bleibt. Du gehst nur in den Ferse. Und dann halten die Ohren. Lächeln. Schön. Lokke lassen. Und jetzt fangen irgendwann deine Oberschenkel an mit zittern. Vanessa, ist das schon so? Ja, vielleicht. Ja, könnte ich. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Lokke lassen. Und kurz ausschütteln. Jetzt gehen wir in die Gegenmuskation. Die Shima Muskation. Gehen wieder tief. Und ziehen jetzt rechte Zehenspitze. Zehenspitze Ballen hoch. Linke Zehenspitze Ballen hoch. Und ihr probiert auch hier wieder in der Hüfte schön fest zu bleiben. Und dann Stück für Stück Zehenspitze Ballen nach oben zu ziehen. So hoch, wie ihr heute kommt, ohne dass ihr die Hüfte mitnehmen. Also schön steif bleiben, stabil. Gruß bleibt stolz, Bauch bleibt fest. Und dann rechts nach oben, so oben wie ihr kommt. Seite wechseln. Da geht es wieder. Und dann wieder. Und wieder. Einmal haben wir noch für die Bahngmuskulatur, dann sind wir auch hier schon wieder durch. Wir gehen tief. Und kommen wieder hoch. Ihr geht so tief wie ihr es heute schafft. So wie es heute bei euch schon ist. Wenn du nur bis 90 Grad kommst, kommst du nur bis 90 Grad. Wenn du tiefer kommst, gehst du natürlich auch tiefer. Dann kommen wir nochmal in die Mitte, genau 90 Grad. Geh erst nochmal nach oben, oben halten. Die letzten zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, locker nach oben. Beine sind schon ordentlich dabei, jetzt gehen wir zum Rücken. Wir gehen hier tief und kommen wieder hoch. Einatmen tief, ausatmen hoch. Wenn ihr neben euch den Spiegel zur Verfügung habt, guckt gerne in den Spiegel rein, auf euer Rücken auch nur wirklich schön gerade fällt. Bauch gleich fest, Brust bleibt immer schön stolz. Übung Nummer zwei. Wir gehen jetzt mit dem Oberkörper nach unten und ziehen mit den Armen nach oben. Mit den Armen wieder tief, nur die Arme ziehen. Ausatmen hoch. Einatmen tief. Ausatmen hoch. Einatmen tief. Und umso weiter ihr jetzt die Arme nach oben ziehen, umso mehr muss euer Rückenstrecker umziehen. Arbeiten. Ihr merkt, jetzt solltet ihr Ständen-Ubesäulen-Bereich. Und jetzt ist der Abgeschuss. Jetzt. Jetzt. Wir bleiben oben mit den Armen. Versucht mal die Arme auszustecken, dass die Ellbogen wirklich mal schön lang ist im Gelenk. Daumen zeigen nach oben und dann noch ein Stückchen höher ziehen. Drei. Zwei. Eins. Arme locker lassen. Oberkörper hoch. Kurz durchschalten. Wir werden kurz nach links nach rechts ziehen. So. Erst Übung geschafft. Zwei. Wir gehen dir vor. Ziehen jetzt die Arme nach außen. Lassen wir locker. Wir probieren hier schon mit den Armen auf Schulternhöhe zu bleiben. Ausatmen. Rausziehen. Einatmen locker lassen. Brustplätzchen stolz. Jetzt. Arme ziehen. So aktiv wie möglich. Nach außen. Dann halten wir auch hier wieder aus. Arme bleiben auf Schulternhöhe. Daumen zeigen nach vorne, nach oben. Handflächen, Handrücken zur Decke. Handflächen nach unten, zum Boden. Jetzt ziehen wir hier noch ein Stückchen weiter. Schulterblätter schön in die Spannung. Als ob ihr hinten einen kleinen Stift oder einen Finger festhalten müsst. Drei. Zwei. Eins. Lock lassen. Oberkörper hoch. Kurz durchschalten. Jetzt haben wir noch zwei Übungen. Einmal für das Becken. Einmal für die Brustwirbelsäule. Jetzt fangen wir mit dem Becken an. Ihr geht nach unten. Und kifft hier euer Becken nach unten, euer Becken nach hinten. So gut wie ihr die Mobilität heute schafft. Ausatmen. Vor. Einatmen. Zurück. Becken kippt vor. Becken zurück. Und eure Wirbelsäule. Kippt sich nicht. Also jetzt nicht ein Rundrücken machen, sondern nur rund in das Becken kippt. Ihr könnt gerne die Hände mit zur Hilfe nutzen. An die Hüfte oder an die Zeile. Becken. Und dann kippt ihr das Becken so weit es geht vor. Schieben das Brustbein nach oben. Halten wir jetzt schön Bauch fest. Arme lang. Fünf. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Arme locken lassen. Oberkirchen hoch. Kurz durch. Schatten. Zwei. Gute Beweglichkeit. Jungen geht jetzt auf die Brustwirbelsäule. Bauch bleibt fest. Rücken bleibt fest. Und jetzt Brustwirbelsäule hoch. Brustwirbelsäule tief. Ausatmen. Hoch. Einatmen tief. Bleibt hier schön fest. Rücken sowie Bauch bewegt den Bauch. Auf geht's. Die letzten Zehen bewegen. Zieh. Wieder tief. Neun. Ausatmen. Hoch. So hoch wie ihr kommt in der Brustwirbelsäule. Richtet euch so weit es geht auf. Hälfte. Achtet nicht. Und jetzt merkt ihr euren Rückenstrecken noch mehr. Umso höher ihr kommt, umso intensiver wird die Spannung von der Muskulatur. Hyperextension. Ein bisschen. Unterbarer Bewegung. Ja. Dann halten wir oben. Bespannt. Brust aufgerichtet. Auge fest. Drei. Zwei. Eins. Locken. Jetzt lässt einmal die Unterarme auf den Oberschinger. Erst einmal die Brustwirbelsäule. Dann kommen wir Stück für Stück wieder hoch. Und die letzten Übungen sind im Vierfüßverstand unten. Also kommen wir ganz entspannt nach unten. Wir gehen nochmal in die Hüftmuskatur. Hände stützen. Das Knie geht nach außen raus. Kommt wieder zurück rein. Ausatmen. Zieh. Einatmen. Locken. Wir probieren hier schön das Knie auf Kniehöhe zu greifen. Lassen wir hier einen kleinen Faden, der euch hier zieht nach oben. Und im Idealteil kommt euer Knie auf Künfthöhe nach oben. Ohne dass die Arme sich beugen. Oben halten. Jetzt dürft ihr schon fünf Zeine mehr. Und locker lassen. Seiderex. Zieh noch viel. Hoch. Zieh. Hoch. Zieh. Hoch. Zieh. 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 Am Ende ist es sportlich für die Hüfte. Solltest du den Akkord machen für den Schlüssel. Zieh. 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 Auf geht's. Geht nur fürs fürsse zum Gesäß nach unten, arbeiten wir immer nach oben. Auch hier wieder schön fest. Gesäß schön in die Spannung zieh. Hoben halten. Und umgelassen. Seiden teils. Einmal haben wir noch. Hoch, tief, hoch, tief. So wie es funktioniert. So hoch wie er kommt. Mal sehen, wie er höher kommt. Wie ihr hier im Spruch habt oder hier zu Hause. Mal sehen. Überprüfen wir dann, wenn wir wieder hier sind. Wir halten oben. Drei, zwei, eins. Und noch kurz. Kurz nach hinten setzen. Arme kurz lang machen. Kurz Gesäß, einmal Hüfte. Kurz entlasten. Dann haben wir noch zwei letzte Übungen für heute. Die erste Übung geht um unsere Handknecke, unsere Körperstabilität. Wir kommen hier nach oben und halten oben. Zeit läuft nach hinten. Wir probieren hier eine wunderschöne Minute durchzuhalten. Wenn es euch zu anstrengend wird, dann setzt die Knie ab so wie Vanessa. Wenn euch das dann noch zu anstrengend ist, dann macht einmal kurz Pause. Aber ich bin mir sicher, Vanessa und auch du zu Hause, ihr schafft locker eine Minute. Und eine gute Nachricht zum Anfang. Die erste halbe Minute ist schon geschafft. Und ihr spürt es ganz, ganz deutlich. Hier die Bauchmuskulatur. Die Spannung musst du hier oben lassen. Also hier nicht nach unten fallen und nicht hier oben sind. Und dann immer schön, wenn es einstellen wird, wenn ihr wisst, lächeln wir und atmen. Das sind nur noch zwölf Sekunden, die wir hier durchhalten. Bauch, dann wieder schübeln in der Spannung oben. Arme sind lang, schön durchhalten. Und locker lassen. Einmal kurz Knie ab, jetzt einmal kurz nach hinten lassen. Kurz durchhalten. Wir verlinken euch nachher über Vanessa ein kleines Handgelenks-Wurkauf. Wo wir hier die Sternität vom Handgelenk fördern. Ungefähr fünf Minuten. Macht das in eurer Routine. Jeden Tag wieder Stück für Stück mit rein. Letzte Übung. Ellenbogen aufstehen. Knie wieder nach oben. Hier wieder schön halten. Bauch bleibt fest. Schultern bleiben. In der Spannung. Dann spürt ihr jetzt schon wiederum die Arbeit. Vanessa merkst du das? Ja. Guck mal vor. Wir haben 25 Sekunden Abgeschuss. Auch hier wieder Minuten. Sollte unser Ziel sein, mindestens zu halten. Wenn es die Schwerwelle setzt, wieder wie Vanessa die Knie ab. Am Ende des Jahres sollten wir mindestens alle eine Minute schaffen, das zu verziehen. Zum Glück haben wir ja nach 50 Wochen. Ja, ein Glück. Zehn Sekunden noch. Und wieder ein Glockgelenk. Sehn sich einmal ab. Macht euch einmal lang. Wie gesagt, Kubermann ist ein kleines Handgelenks-Mobilitätsvideo wo auch hier kräftige werden. Und wir sehen uns dort. Lasst uns so ein Like da und dann sehen uns. Machst du's. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.